... Stadt auswärts, zwischen dem und dem Sportplatz von der Oschi auf der rechten Seite wird eine Nullzonne aufgebaut aus Schmittler. Dankeschön, auf der Decke zwischen Allersberg und Rot in Sübsterberg, breitseitig, München-Hettner-Straße, Einwehr-Decke, Lohn-Vielstraße, die 16, weil man aber Richtung Regensburg und auf der Arneute bei München zwischen Lending und Stadtlohn. Vielen Dank und... Gute Frage, jetzt ist es hier bei der Arbeit, 30 Minuten, Musik pur, pur. ... Musik ... 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 ... Musik ...